Sorgen, die ich vor 2003 nie hatte. Der Computer ist stärker als ich, weil er Dinge nicht tut, die ich nie nicht tun könnte. Und weil es sich aufhängt, was ich auch nicht könnte. Er findet viele Mädchen und macht sie trotzdem nicht an. Aber er hat einen Plan. Dort will ich gar nicht hin. In die Wüsten, die er für mich bereithält. Warum erzählt er also davon? Jetzt habe ich vier. Vier Computer. Damit ich nicht so abhängig von dem Einen bin. Wenn die vier mich dann gemeinsam umbringen, kann wenigstens jeder Einzelne behaupten, er hätte nichts mit der Sache zu tun. Die Wüsten, die